Ja Leute und damit willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich dazu gar kein neues Video rausbringen. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Screenshots zum im Sommer erscheinenden Formel 1 Manager 22. Und diese möchte ich euch auf jeden Fall gerne nicht vorenthalten, sondern eben zusammen mal reinschauen, weil es gab auf jeden Fall einige neue Einblicke. Dazu gibt es eben ein Video mit einem exklusiven Entwickler-Interview. Das ist schon mittlerweile 4-5 Tage alt. Ich habe mich dann doch entschieden dazu ein Video zu machen. Ihr könnt auf jeden Fall gerne zum Start auch wie immer ein Like da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr keine weiteren News zu diesem Spiel verpassen möchtet, der gute Mann hier ist eben der Game Director vom Spiel. Oh, das sieht auch schon sehr cool aus. Hier sieht man eben das Formel 1 Auto quasi durchsichtig teilweise. Sehr interessant. Was eben auch schon natürlich angekündigt wurde, dass es eben voll lizenziert ist mit der kompletten Formel 1 Lizenz, allen Fahrern, allen Teams. Oh, jetzt kommen die ersten sehr interessanten Bilder. Der Entwickler hat eben gesagt, dass sie sehr viel reale Daten verwendet haben, um die Strecken eben nachzubauen. Ich finde, das sieht grafisch schon sehr ordentlich aus für ein Manager-Spiel. Beim Manager-Spiel sieht man ja sowieso die Strecke eigentlich von einer etwas weiter entfernten Perspektive. Es kann ja auch sogar sein, dass man vielleicht sogar eine Onboard-Perspektive hat. Das wäre auch ganz geil. Bei Motorsport-Manager, was ich ja aktuell gerade am Zocken bin mit einer Formel 1 2022 Mod, da ist ja die Perspektive immer von oben gewesen. Das kann ja vielleicht auch sein, dass man hier eventuell eine Onboard-Perspektive hat. Aber an sich sieht das schon sehr nice aus. Ist eben hier Baku im Hintergrund, die Strecke. Mir gefällt auch dieser farbenfrohe Look. Relativ hoher Kontrast. Finde ich aber sehr schön. Hier auch eine andere Stelle der Strecke. Sieht auch echt richtig gut aus, muss ich sagen. Also kommt schon relativ gut an das Formel 1 Spiel heran. Klar, natürlich nicht ganz auf dem Niveau grafisch. Ist aber, finde ich, auch nicht nötig. Sie verwenden ja auch eine andere Engine als die von Codemasters. Ich glaube, bei Codemasters heißt die Ego-Engine oder hieß auf jeden Fall damals so vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, wie die aktuell heißt oder ob sie noch so heißt. Die Entwickler Frontier Games haben ja eben eine andere Game-Engine. Sieht aber eigentlich ziemlich ordentlich aus, muss ich sagen. Die Bäume, auch schöne Details, erkennbar die Strecke. Sieht alles sehr nice aus. Auf jeden Fall grafisch besser als der Motorsport-Manager. Aber das war ja irgendwie auch zu erwarten, weil das Spiel eben deutlich älter ist als das hier. Das ist sehr cool und zwar hat der Entwickler gerade gemeint, dass sie eben die gleichen Kamerawinkel versuchen umzusetzen in dem Spiel, wie sie eben im TV zu sehen sind. Hier zum Beispiel die Perspektive kennt man ja, glaube ich, auch. Sieht aber echt nicht schlecht aus. Also klar, man erkennt natürlich noch, dass es ein Spiel ist, aber kommt schon gut an das Formel 1 Spiel heran, wenn man jetzt beispielsweise so Formel 1 2016 oder 2015, mit dem kann man das ungefähr grafisch vergleichen. Das ist auch sehr cool und zwar hat er gerade erklärt, dass eben die Ideallinie so ähnlich sein soll wie in Real Life oder fast exakt so. Dass das natürlich auch stimmt. Es sind eben auch die echten Strecken, nicht wie beim Motorsport-Manager, wo es eben nur erfundene Strecken gab, die aber zum Großteil eben den richtigen Strecken natürlich nachempfunden worden sind. Aber hier hat man eben auch die gleichen Ideallinien. Team Radio soll eben auch mit dabei sein, was auch ganz geil sein könnte. Oh Leute, hier jetzt mal ein Bild von den Fahrern und ich finde, die sehen schon sehr gut aus. Daniel Ricciardo mit seinem Bart hier, aber die Charaktermodelle sehen ja richtig nice aus. Hier mal zum Vergleich, Daniel Ricciardo im Formel 1 Spiel und ich finde, da sind eigentlich kaum Unterschiede festzustellen. Die Charaktermodelle sehen auf jeden Fall schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Sehr nice. Hier jetzt auch Sergio Perez. Beim Formel 1 Manager Spiel sieht er schon ganz nice aus, bloß die Frisur passt noch nicht ganz exakt, aber Gesicht und alles sieht sogar ein bisschen besser aus, finde ich, als beim Formel 1 Spiel, weil irgendwie die Hautfarbe da ein bisschen merkwürdig aussieht. Nur der Bart ist noch ein bisschen zu wenig hier beim Perez, beim Formel 1 Manager Spiel. Was eben das Formel 1 Spiel damals natürlich nicht machen musste, und zwar die ganzen Frisuren der Fahrer, weil sie immer Kappen auf hatten. Oh, Leclerc sieht aber schon sehr realistisch aus. Also kann man sich echt nicht beschweren. Vom Aussehen her muss ich sagen, ungefähr gleich gut, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen besser als beim Formel 1 Spiel. Schon ganz nice, was man alles bisher gesehen hat bei diesem Spiel. Das Wichtigste eben, das Maximale aus dem Geld herauszuholen, um eben ein gutes Auto und ein gutes Team drumherum aufzubauen. Regeländerungen sollen auch im Spiel enthalten sein, wenn man eben ein, zwei Saisons gefahren ist, wie es eben in Real Life auch immer mal wieder dazu kommt. Okay, das war auch sehr, sehr wichtig, aber war glaube ich auch schon klar, Formel 2 und Formel 3 sind natürlich auch mit dabei, mit den ganzen Fahrern. Das Spiel soll eben auch sehr in die Tiefe gehen. Bin ich mal echt gespannt, also inwieweit sich das unterscheidet zum Motorsport Manager, weil da gab es eigentlich schon relativ viele Management Aspekte, was auf jeden Fall cool war. Mehr wichtige Dinge wurden nicht wirklich gesagt, außer das, was eben schon bekannt war. Da könnt ihr auch gerne eben auch das Video anschauen, was ich schon vor dreieinhalb Wochen circa hochgeladen habe, mit den ersten News und hier nochmal auf Twitter eine sehr frühe Version von Baku eben hier am Start. Also die Grafik könnte auf jeden Fall noch besser werden, aber das ist schön, dass man schon mal ein paar In-Game-Bilder hat, eben die Alpha-Version, also eine ganz frühe Version des Spiels. Sollte ungefähr in drei, vier Monaten rauskommen, gehe ich mal davon aus. Es wurde ja gesagt, im Sommer bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass das schon eher früher rauskommt, also vor allem vor dem Formel 1-Spiel, wäre schon ganz geil. Damit, Leute, würde ich aber sagen, war es das mit dem heutigen Video. Also lasst den Ganzen gerne wie immer ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn ihr natürlich neue Seiten keine weiteren Videos verpassen wollt, war auf jeden Fall sehr cool. Schöne Einblicke, ein paar neue Bilder, die ganzen Fahrer. Drei Fahrermodelle haben wir auch gesehen, eben auch die Strecke Baku. Sehr interessant. Schreibt dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Also, Leute, abonniert wie gesagt den Kanal, wenn ihr nichts Neues verpassen wollt. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein, genießt das geile Wetter und ciao. Vielen Dank.